Wir sind aus Hamburg angereist. Wir finden das leider echt scheiße, dass hier nichts stattfindet. Liebe Volksfreunde. Und ja, jetzt wissen wir gar nicht, wo wir einen trinken gehen sollen. Und jetzt ist Benni am Start. Ja, wir hätten gerne die schönen Wagen gesehen, die die Leute gebaut haben, die sie jetzt nicht zum Vorschein bringen, wie auch immer. Wir können auch auf die Bühne gehen. Ja, aber wie gesagt, also wir finden... Schade. Schade, scheiße. 600 Kilometer. Und es ist nichts los. Und warum bleiben die Trierer zu Hause, nur weil der Umzug abgesagt wird? Wollen die mich verarschen? Genau. Trierer, es kommt aus euren Hütten. Juhu, rauskommen. ASV, ASV.